Hallo, die Gärter aus dem wunderschönen Berlin, hallo meine Freunde. Ja, es ist heute der Erste und heute ist ja überall we open und ich bin jetzt gerade im Sternmetian-Ruftop. Heute der erste Tag. Wir haben die Wiederäufelung, die Wiederäufelung zum normalen Webeln. Oh, und das ist mal die wunderschönen Leine. DJ, hallo YouTube, der Online-TV. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Oh, das ist auch wunderschön hier. Für alle, die Thailand vermissen, gibt nichts schöneres hier, ne? Wenn du die richtige Location hast, wundervoll, ne? Ja, wunderbar. Du bist zwei Supermodel. Ja. Hallo, hallo YouTube. Hallo, hallo YouTube. Hallo, hallo. Wow, 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 wow. Später normalisierig drone, das hier sicher ist wie Moment, die dabei hat, Heilige Motte oder wunderschönen Wunderschönen. Hello. Hallo YouTube, hallo, Jutta, hallo? BEST übers question, wunderschönen Wunderschönen Wunderschönen, how ist sie? Ja, okay. Oh, wow, wow, ja. Es schweigt? Ja, das ist aus der Parteya, für alle die Parteya vermissen, ich glaube das sind ganz viele da und heute der erste re-open und jetzt schauen wir mal wie das hier weitergeht, ja, mein Zimmer ist wieder offen, für alle die es nicht wissen, schön mit der DJ, wonderful, wonderful, so gute Musik, ne, you are now in TV, you too. Meine Community ist klasse, weil in meinem Kanal auch alle Fehler drin, dass ist so okay. Okay, dann ein Chuk-Di, Chuk-Di-Kapp. Okay, bye-bye, eure liebe Gerta von Thailand. Macht's gut, kommt bald nach Thailand, so weit es möglich ist. Aber ich denke, das braucht noch ein bisschen da. Vielleicht nächsten Monat, ne? Dann wird am 1. August. Okay, macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüssi.